so hallo wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 letztes mal haben wir ein Level uns angeschaut was uns Sonic schickt hat ein Level was Counter uns geschickt hat und die beiden neuen Level von Bruce Bow und jetzt gucken uns das neue Level von Devorian Koopa Poppers 3D tactical pipes clear weight ist beängstigend a level returns Pop Koopas out in the correct direction oh nein das ist so oh nein das hatten wir schon mal ne oh nein oh no das kann ich nicht habe ich das damals gespielt oh Junge ach so ja verstanden ich war gerade verwirrt wegen den P-Dingern aber die sind einfach nur das sind Hinweise das sind einfach das war nicht der richtige Weg das war auch nicht der richtige Weg wir gehen mal wir gucken mal weiter was so kommt ach der geht direkt durch okay dann geht er hier auch noch mal durch okay das ist kritisch mit dem ich muss direkt immer rüber ich muss direkt rüber okay jetzt war schon die falsche Richtung aber wir probieren es weiter also jetzt käme ich eigentlich irgendwie so hier an dann geht's ah ne was macht eigentlich die Tür ich meine den kann man eh nicht betreten äh okay kann man sich da irgendwie dann da kann man das Level wahrscheinlich sich anschauen und irgendwie üben dann da kann man Levelteile üben das ist ja cool da wäre jetzt noch einer rausgekommen und dann sind wir hier am Ziel okay da kann man Levelteile üben das ist auch ne coole Idee ich bin doof das ist auch ne coole Idee dass du so ne Art wieso hat er das jetzt zu spät ausgelöst aber das ist auch ne coole Idee dass du äh Mist Mist dass du erstmal so ein bisschen die Level angucken den Level angucken kannst vielleicht sollten wir das mal nutzen das ist das mache ich immer falsch das mache ich immer falsch dass ich da zu spät aber vielleicht kann ich da ein bisschen hin und her noch manövrieren wenn ich merke ich bin zu tief so das hat jetzt ja gepasst so jetzt geht er da durch jetzt geht er da durch jetzt geht er da durch okay habe ich versaut egal ah dann sind wir schon hier das war's schon das war das schon ah nee da kommt noch was äh da kommt noch mehr was soll der Pfeil mir sagen was soll der Pfeil mir sagen wait ich brauch den Block da gar nicht da drüben das ist viel angenehmer so das war die falsche Richtung egal was ich muss ah ich verstehe ich weiß was der Pfeil mir sagt nein Mist egal ah ja super ich weiß was der Pfeil sagt ich soll da ein bisschen rum mit der Stammfattacke rumwurschteln um die Zeit praktisch ah Mist um die Zeit praktisch zu sparen also die bis der da unten durch ist ah kann ich das oh äh na so irgendwie oh je das übe ich kurz mal ja so irgendwie ah das werde ich versauen im richtigen Moment dann ach nein ah Mist ich glaub wir werden das ganze Video in dem Level hängen ah Mist ah nein ach man es geht so schnell schief nein jedes Mal in die falsche Richtung so ja da muss ich muss ich dann wieder zurück oh das wird oh das wird kritisch das kann ich nicht so gut Mist das kann ich nicht so gut nein jetzt passt er endlich mal ok oh wait ich kann was ganz anderes ne kann ich nicht ne kann ich nicht ich wollte ich wollte was oh vielleicht kann ich das doch wenn ich hoch genug kommen sollte Mist wenn ich hoch genug kommen sollte kann ich vielleicht ah ne kann ich nicht doch kann ich schon ich probiere ich will mich an die Wand oben kurz ranhängen wenn das für den Moment ausreicht dann wäre das schon hilfreich und das ich ach scheiße also jetzt muss ich kurz testen ich komme irgendwie von hier und jetzt hier kurz ran ne es reicht nicht aus und dann geht's mit dem hier weiter und dann kommt der Teil den wir kennen ja dann kommt der Teil den wir kennen dann kommen die drei hier und dann kommt das Ziel ah es ist wirklich nur dieser Teil in der Mitte der macht mir jetzt noch zu schaffen wo ich mit der Stampfattacke Zeit schinden muss Mist den kriege ich noch nicht hin und dann muss halt alles am Stück klappen das ist nochmal was anderes aber von den einzelnen Abschnitten her haben wir es dann verstanden was ja auch schon mal in einer Folge ist ah nein ah ich werde ich werde die Stelle hier die ist mir zu ich lass das jetzt ich lass das jetzt ich lass das jetzt die Stelle da ist mir zu bis ich das hinkriege dauert mir das zu lang das machen wir jetzt nicht ähm guck mal ins Cardboard Level rein Music we love Burning Town vom Shantae Ente oh mein Gott das haben wir gespielt das habe ich let's played Shantae Ente Pirates Cursed Dings das ist ein let's play das war cool das hatte coole Musik aber ich kann mich nicht mehr an die Musik erinnern ich war gerade ich war gerade voll auf ich darf den Boden nicht berühren und wollte grad sagen hä wie soll das Level denn gehen Null wahrscheinlich aber ich kann mich an die Musik einfach nicht erinnern ah ja doch das klingt schon irgendwie in die Richtung Mist okay das Level sieht cool aus nein so also da geben wir auf jeden Fall nicht auf dass wir spielen aber es ist eigentlich bei dem Wurzel ist es wirklich nur diese Stelle mit dem mit dem ne hoch und runter die Stammfattacke ausmanövrieren vielleicht würde es auch reichen zu wirbeln vielleicht reicht es auch zu wirbeln dann nimmt man ja auch so ein bisschen Speed vielleicht probiere ich es nachher nochmal je nachdem wie schnell wir jetzt hier durch dieses Level kommen dann nimmt man ja auch so ein bisschen so ein bisschen Speed raus aber ich glaube das reicht nicht ich glaube die Röhre ist einfach zu lang wo bin ich eigentlich vorhin gestorben ach ja hier wow 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 der war aber zielgenau god dangit so also so schwer ist das Level nicht jetzt stell uns mal nicht mehr so an und schaff das Level okay cool boah wie mach ich den denn wie gehe ich wie gehe ich dem denn am blödssten aus wow 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 das sind wir nein das war zu knapp eigentlich kann ich doch direkt auf den zweiten drauf oder? brauche ich den ersten? glaube nicht was mache ich denn hier für ein Schmerz ja yes okay okay ich glaube es ist einfach äh dude ich muss da schneller hin scheiße ich muss da deutlich schneller hin aber es scrollt ja also so viel schneller kann ich halt auch nicht hin wäääh nein die stelle mit den kettenhunden ist ein bisschen fies es ist das rng wohin die hände wohin die hunde gehen oder kann ich das beeinflussen ach Mist ich glaube es ist rng ich bin mir nicht sicher okay so jetzt einmal hier ganz schnell durch ich springe einfach ganz weit drüber ja perfekt und jetzt hier aber stoppen aber nicht zu viel stoppen ok perfekt jetzt kommt was neues ok jetzt kommt der checkpoint jetzt kommt der checkpoint yes oh boy oh boy oh boy oh boy okay jetzt wird es ein bisschen flotter hier den brauchen wir gar nicht, kann man direkt hier hoch jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr das ist doch schon mal gut oh nein da war ich zu hektisch ok also den ersten brauchen wir nicht der interessiert uns gar nicht einfach durch dann nehmen wir den gleich mit dann nehmen wir den gleich mit dann nehmen wir den gleich mit dann nehmen wir den gleich ah da muss ich noch ein bisschen besser springen aber das soweit geht das soweit geht der zweite teil klar soweit nichts schlimmes dabei und da machen wir jetzt zwei und dann kommt hier der stachel nice da kam einfach mal der stachel typ so klopfen 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 klopf Weil es durch das Scrolling und durch die Mole-Bewegung echt unangenehm wird. So, zack, zack, zack. Nicht schießen. Also gut, dass sie schießen kann ich nicht verhindern, aber nicht auf mich! Mist. So. 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 So, und ups. Und zack, und zack. Und zack, und zack. Und lauf! Ein Sprung. Ich darf da nicht runterfallen. Aber es ist so schwierig, da nicht runterzufallen. Ah. Was ein fieses Schnelle. Nein! Sous-Eima. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Jedes Mal macht er das so einen Schwung noch mal nach. Ich falle jedes Mal an der gleichen blöden Stelle runter, weil der noch mal so einen Schub plötzlich bekommt. Das gibt's doch nicht. Nein, 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 nicht Neustart. Jedes Mal macht er diesen Scheiß. Logischerweise ist es ja immer die gleiche Umgebung. Es ist ja auch das Fließband, was da kommt. Und dadurch kriegt er irgendwie nochmal einen Schub, wenn ich dann drauf springe. Und dadurch falle ich jedes Mal runter, weil ich das nicht kontrolliert bekomme. Mann! Na bitte, es geht doch! Lass mich in Ruhe. Ja, ja. Halt! Music skip. Nee, Music. Achso, das sieht's aus. Es ist nochmal das gleiche. Ich hab jetzt gedacht, da kommt noch so das Final-Theme. Ja, gut, die Musik haben wir gehört. Hätte ich jetzt skippen können. Ich dachte, da kommt nochmal so ein Bonus, so eine Belohnung. Aber das Lied haben wir ja gehört. Ich hoffe, ich kann jetzt nicht noch sterben. Das wär blöd. Ah. Ah. Gut. Gut. Und die Tür ist dann wahrscheinlich für die Leute, die, äh, nicht die Musik anhören. Okay. Ei, grad noch so hingekriegt. Äh, grad noch so hingekriegt. Ähm. Ja. Ich, ich werd's nicht schaffen. Ich werd nicht das jetzt... Ich möchte die Zeit dafür jetzt eigentlich nicht investieren, um das zu üben, um das zu lernen, um das hinzubekommen. Weil die Stelle in der Mitte ist einfach... Das dauert so lange, bis ich das hinkriege. Das garantiere ich euch. Da müsste halt noch ein kleines Stückchen, ein kleines Stückchen... Es ist echt knapp. Aber ich müsste doch eigentlich, wenn ich so den Dreher mache, falle ich dann lang... Äh, so viel langsamer, falle ich auch nicht, ne? Ne, es ist ja... Es sind ja auch die Pfeile da. Man soll da Stampferntacke rauf und runter machen. Also, ich zeig das nochmal kurz. Praktisch das hier. Ja, und das... Ich kann das nicht ordentlich. Ich kann das nicht ordentlich. Ich lass das jetzt. Das können andere viel besser. Ich, ich sag, ich lass das jetzt und geh auf, äh, Neustadt. Wahrscheinlich. So. Okay. Ähm. Ka... Boah. Entschuldigung. Ach Gott, ekliges Gehuste. So. Einmal aktualisieren. So. Ähm. Das hier wollten wir uns anschauen, ne? Aber das könnte jetzt halt ein langes Level sein. Ich glaub, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Weltrekord ist 4,36. Das gucken wir uns beim nächsten Mal. Gibt's noch ein kurzes Level, was wir uns anschauen können? Door ist gleich Practice. Ich glaub, das können wir uns einfach kurz angucken, weil das werden wir eh nicht schaffen. So wie der aussieht. Der, äh... Der, die Clear Condition. Äh, die Clear. Wait. Wait. Das ist lauter so Zeug. Da können wir uns leider nicht mal das Lied anhören anscheinend dann, ja? Jo, was? Ah, ja, nein. Ciao. Nein! Schade. Das können wir leider nicht spielen. A whole new world haben wir, glaube ich, auch schon entschieden, dass wir das nicht hinkriegen. Das ist bestimmt so ein Mist mit dem Pau, der halt super schwierig ist. Das ist, glaube ich, genau sowas. Ich meine, wenn ich mir das schon so, ne? Das ist auf jeden Fall von Aladin a whole new world. Und bestimmt dann so ein... Bestimmt so ein, äh... Oh, ich muss den... Ich muss den Monty voll... Oh, der Monty darf nicht sterben. Ja, hier brauch ich den Monty. Okay, aber den ersten Teil könnten wir hinkriegen. Oh, es ist schön geportet. So, jetzt muss er hier einmal durch und dann rennen wir wieder rüber. Und dann schaffen wir das hier. Okay. Ja, der Teil war easy, no? Wait, wie kann ich... Hä? Achso. Hä? Was ist jetzt passiert? Nein, ich hab's... Oh, das wird knapp. Schaffe ich das? Nein. Okay, ich muss den Schaden an dieser Stelle durchlassen. Einmal. Aber was habe ich da hinten falsch gemacht? Oh, das ist so schön. Mann, es ist so schön. Und ich versaue es. Oh, ich würde das gern komplett hören. Mann. Verdammt. Oh, warum sind's denn Moles? Ich kann mit Moles nicht umgehen. Mann. 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 Ah, es ist so ein Ding. Okay, langsam, schneller. Ähm, oh shit, man muss das, oh, man muss das mit dem Bild der Geschwindigkeit timen. Okay. Okay, stopp. Langsam. Nein! Ah, das wird, sind das, ist das das Problem, ist das das Problem des Levels oder, ah, verdammt. Ich will das Lied hören. Das ist so schön geportet, dass ich motiviert bin, das hier zu probieren, das ist echt schlimm. Aber vielleicht im nächsten Part lieber. Zu schön, um es nicht zu spielen. Und da, ah man, jetzt ist er nicht durch die Tür. Leicht ist nach oben zu drücken oder muss ich immer wieder neu drücken, wie ist denn das? Ich drücke mal jetzt nur nach oben. Ah, okay. Besser so. Besser so. So, langsam. Kurz runter, kurz stoppen und jetzt vielleicht mit dem Tempo. Nice! Okay, jetzt muss er schneller sein, deutlich schneller. Dass er den hier mitnimmt. Jetzt muss er wieder langsamer. Das war zu schnell. Nooo. Ah, es ist so gut. Ich will das spielen. Ich will das schaffen. Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Was war der Weltrekord? 2,22. Äh, 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 das ist langes Level. Ah, da, 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 da. So, ein bisschen langsamer. Stoppen. Let's go. Nein! Das war schon wieder zu schnell. Ah, ich könnte kotzen. Ah. Also das war sogar wieder zu schnell. Hättest du nicht ein Checkpoint nach dem ersten Teil hier geben? Na, wahrscheinlich ist woanders schon der Checkpoint. So, stopp, stopp und langsam rüber. Nice. Jetzt schnell. Go. Go, 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 go. So. Jetzt stoppen wir kurz vorher wieder. Und dann gehen wir rüber. Nice. So. Muss ich hier schnell, oder? Ich muss hier schnell. Schafft wir so nicht mehr. Ich hätte vor... Mist. Und dann muss ich aber direkt schnell weiter. Okay. Ah, es ist so gut. Die Idee ist... Die Idee ist schon echt gut. Es ist halt blöd, dass man den Anfang hier immer wieder spielen muss. was so schöner ist. Ah, ha, ha, ha. So schöner ist. Aber das geht auch. Okay, das war interessant. Einfach kurz, ganz kurz nur stoppen. Und so rüberkommen. Eieieieiei. Aber den... Ich könnte den Port gerade stundenlang einfach zuhören. Er ist so schön. Nein. Ich habe zu bald... Ah. Mach nicht so. Mach nicht diesen. Nein. So... So... Herrli, hat mich er dataset hoffe ich mit des Spiels. Ruhe! Oh ja. So. And's this? Da oben darf ich noch gar nicht, brauche ich noch gar nicht drehen. Äh, nee. Okay, wir schaffen es. Und jetzt können wir wieder aufholen. Das ist ja alles in Ordnung. So, ganz kurz vorher stoppen und jetzt rüber. Nice. So, jetzt fallen wir schon so runter, dass wir direkt uns drehen. Weil er muss erst mal... Ah, das, ah, das ist... Da müsste man schon so langsam runterfallen, dass wir gar nicht erst auf dem Ding landen. Dass wir gar nicht erst auf dem Ding landen. Hopp. Hopp. Hä? Ich habe hochgedrückt. Was ist denn jetzt? Hä? Hat die ganze Zeit funktioniert? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Was soll das denn? Hä? Jetzt geht's wieder. Hä? Was war anders? Ich verstehe nicht. Ganz langsam, ganz langsam. Und jetzt schon stoppen. Ja, das ist schon scheiße. Weil jetzt komme ich schon nicht mehr... Na? Jetzt komme ich schon nicht mehr rüber. Ich muss so fallen. Ich muss so fallen, dass ich nicht über den Notenblock komme. Boah, das ist nicht gut. Ich muss da so langsam runter. Aber ich muss runter. Das heißt, ich muss erst nach rechts gucken. Und dann... Boah, das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Das war viel zu schnell. Nein, 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 nein. Stopp, 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 Kollege. Oh, man hat halt immer nur einen Versuch. Und dann muss man wieder die Katschung spielen. Mann! Ich werde das im nächsten Part nochmal probieren. Das ist nämlich... Ich muss jetzt den Part beenden. Das wird mir sonst zu lang. Aber... Ich werde das im nächsten Part nochmal probieren. Also wer das nicht sehen will, guckt den nächsten Part einfach bitte nicht. Aber ich werde dieses Level weiter probieren. Mir gefällt die Idee viel zu gut, als dass ich das nicht weiterspiele. Es ist so genial gemacht. Wenn es natürlich noch viel schlimmer und schwieriger wird, dann werde ich es auch aufgeben müssen. So, und jetzt ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Und jetzt go. Go, 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 go. Go, Junge. Go. Nochmal. Go. Jetzt muss ich rüber. Komm mit. Langsam. Rüber. Und hoch. Er muss höher. Er muss schnell... Vielleicht spielen wir es doch nicht. Das wird, glaube ich, zu schwierig nachher. Ich weiß nicht, was da noch alles kommt. Kann man das sehen? Wartet mal. Man kann ja in den Level-Infos einkäulen. Können wir hier das ganze Level sehen? Oder ist das alles... Ja, okay, können wir. Also da geht's los. Wir sind bis da gekommen. Wenn ich jetzt links bin, genau da links, äh rechts, da rechts sind wir gestorben. Und dann kommt noch... Ah. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ah, es ist echt schön. Es ist ein schönes Level. Ich glaube, davon gucke ich mir zumindest mal auf YouTube ein Video an. Aber gut, dann werden wir die nächsten Male. Ich möchte auf jeden Fall das Level hier spielen. Das wird super gut. Ich meine, er macht großartige Level. Ja, Cardboard baut echt gutes Zeug. Und wenn er hier die sechs Warp-Tempel von Zelda gebaut hat, mit Musik. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Das wird auch interessant. Da gucken wir auch mal rein. Äh. Das ist natürlich dann wieder zu schwierig. Aber probieren kann man es aus. Äh, ne? Ausprobieren. Und dann sind wir hier schon angekommen. Also, viel haben wir nicht mehr von, 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 Cardboard, was wir noch nicht kennen. Aber es sind ein paar Level noch übrig. Und ich finde, er baut so cool. Ja. Auch wieder auf jeden Fall ein Creator, den ich... Den ich nicht missen möchte. So, sagen wir es so. Schön, dass Sie ihn gefunden haben. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss.